Polizeiberichte Berlin 19. August 2022 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht, Brandstiftung an PKW Nummer 1658 In der vergangenen Nacht brannte in Tiergarten ein PKW vollständig aus. Gegen 3 Uhr hörte ein Anwohner der Straße am Karlsbad laute Geräusche, sah Flammen an dem abgestellten Audi und bemerkte in der Nähe eine Person, die in Richtung Potsdamer Platz weglief. Alarmierte Brandbekämpfer löschten die Flammen. Verletzt wurde niemand. Die weiteren Ermittlungen zu der Brandstiftung hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen. Bericht, brennender Lieferwagen Nummer 1659 Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamts hat in den frühen Morgenstunden die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung in Neukölln übernommen. Eine Anwohnerin der Friedelstraße bemerkte gegen 4.45 Uhr einen brennenden Lieferwagen im dortigen Hinterhof und alarmierte die Feuerwehr. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde das angrenzende Wohnhaus vorsorglich evakuiert. Eine halbe Stunde später, nach Beendigung der Löscharbeiten, durften alle Anwohnenden wieder in ihre Wohnungen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, verletzt wurde niemand. Wenn der Tierkartner nutze, war es diplomzend zur Seinsouverän